Wir haben es. Komm schon, bei mir Clip Baby. Okay, da ist eine Kamera. Hier vorne aber nicht. Wir müssen ja was machen, damit wir überhaupt nach vorne schreiten können. Den durchschneiden. Aber nicht die mittleren. Den hier, sagt er. Nein? Und jetzt umdrehen, oder was? Ich vertraue jetzt dem Spiel. Ah, okay. Cool. Alles klar. Wir gehen mal von hier rein. Gut. Nächster Stift. Seid ihr ready? Mir ist mir aufgefallen, wir konnten gar nicht an unseren Waffenschrank. Ah, jetzt haben wir wieder die hier, wa? Nice. Da bin ich auch mit der rechten dran. Oder? Ne, warte mal. Ne, doch mit der linken. Mit rechts will ich dann besser so richtig schön zielen. Okay, was haben wir hier? Wir haben auf jeden Fall Kekse. Okay. Was Süßes ist immer nicht schlecht. So, wie im Kinowelm hier. Oh. Boah. Okay. Geil. Die haben wir schon. Ja. Okay. Können wir hier irgendwas machen? Warte, da ist ein Ziel. Sehe ich jetzt erst. Okay. Okay. Ich rechne damit, dass die Tür aufgeht. Oh. Fahrzeug schnappen. Schloss knacken. Ganz einfach. Okay. Hier ist erstmal ein Schloss. Oh, kein Klirren. So, was haben wir hier? Stromzufuhr? Deacon, ich glaube, was wir suchen, befindet sich unter dem Gebäude. Ich kletter den Aufzugsschacht runter. Verstanden. Baue nur mein Zeug auf. Ich bin in Nullkommanichts im System. Ach du Scheiße. Nochmal schöne Grüße an alle, an alle, die Höhenangst haben. Cool. Ja, aber jetzt? Die Tür geht doch nicht von alleine auf. Dann hängen wir doch hier einfach nur. Scheiße. Dann mal los. Oh. Hey Deacon, siehst du, dass sich der Aufzug bewegt? Negativ. Ich bin noch nicht bereit. Los, beeil dich verdammt. Scheiße. Nimm unsere Gute. Deacon, bist du da? Over. Stand by. Achso, wir müssen allgemein weiter. Oder was? Alles klar. System hochgefahren und läuft. Kannst loslegen. Ja. Danke. Fuck, ey. Oh. Shit. Oh shit. okay wo lang wo lang es gibt so viele wege die man nehmen kann hier ok das ist auch ein bisschen zu offensiv vor allem die müssen ja eigentlich ihren mitarbeiter bei sehen war ich das macht euch bereit falls passiert was soll ich will gerade sagen hätte ich die karte nicht wegschmeißen dürfen kommt schon schnell bevor einer kommt okay ist irgendwas mit alarm da ist eine glocke wenn wir da machen würden dann wäre wahrscheinlich falsch habe ich schiss gehabt habe ich schiss gehabt scheiße kann ich hier durch glas schießen ich will jetzt nicht probieren oder das war knapp ja mein baby ist wieder da ist das geil mein baby pass mal auf mein jungs er dreht sich wieder um ganz kleinen moment ok gut wir haben es komm schon bei mir clip baby wundert er sich nicht dass hier die tür offen ist komm schon komm schon wir sind Ui, Leute, ey. Das ist echt geil. Wirklich. Man muss sich auch voll konzentriert manchmal, wenn man sich richtig reinversetzt. Okay. Können wir auch hin? Können wir hier irgendeinen Schalter drücken? Ne. Ist da einer? Sieht nicht so aus. Okay, 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 okay. So, Leute, ich musste noch mal die Linsen säubern. Weil es da so heiß ist. Oh, scheiße, er kommt zurück. Und man schwitzt echt gut darunter. Oh, fuck, ey. Okay, 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 okay. Komm schon, Junge. Hier, man muss genau achten, dass man hier auch noch schwenken kann. Wow, nicer Treffer, Junge. Wow. Unfassbar. Guter Schuss. Oh, okay, da ist auch noch einer. Aber ich trau' mich ehrlich gesagt wirklich nicht durch das Glas zu schießen. Ich weiß auch nicht, ob da noch einer ist. Ja, ich trau' mich nicht. Aber hier sieht er uns ja dann auch. Code. Haben wir einen Code? Nein, haben wir nicht. Egal. Es geht nicht immer nur um Code. Auch ein Code besteht nur aus Technik. Und Technik kann man überwinden, Leute. Oh. Das ist also der Alarm. Das ist die Öffnung fürs Schloss. Ich weiß nicht, ob der Alarm sich der Alarm. Das ist der Weg dahin zum Schloss. Oh. Scheiße. Okay, scheiße, Scheiße, scheiße. Ey, der hat wie so ein voll im Blickfeld, alter. Okay, 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 okay. Wir haben's. Was? Ey. Yeah. Ach so, die haben wir ja gar nicht benutzt. Okay. Die Kamera da muss weg. Hm. Auch so leicht geht es. Kann man einfach runterfahren. Okay. Nice. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Was haben wir hier? Munition. Nur Blätter. Nur Papier. Nichts Wichtiges. Die Waffe ist ja blau. Da am, äh, am, 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 an der Stütze. Was haben wir denn mal Sturmgewehr? Äh, Maschinenpistole meine ich. Zweimal Maschinenpistole, normale? Hätte man hier nicht noch eine Maschinenpistole und ein richtiges Gewehr anbieten können hier? Naja. Ohne Schalldämpfer auch. Hm. Okay. Wow. Ah, hab ich mich erschrocken. Woher haben die es gewusst? Woher? Komm schon. Was? Was ist denn jetzt los? Nice. Woo. Ey. Warum geht das denn nicht mehr? Ey, wollt ihr mich verarschen? Ja, jetzt. Auf das Ziel warten. Woo. 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 Scheiße. Scheiße. Verdammt. Oh, ich bin tot. Okay. Oh, nein. Tod bei Ankunft. Stoße nicht zu schnell vor. Man weiß nie, was hinter der nächsten Ecke lauert. Hab ich ja gar nicht. Da oben ja. Ich wechsle mal. Wo kommt man auf meine Rechte? Auf die Rechte? Dann hab ich besser... Die hat mehr Bums. Was zum Teufel will der denn hier? Tja. Tja. Feuer frei. Feuer frei. Fuck. Fuck. Ey. Ey. Nein. Es geht los. Es geht los, Leute. Genau. Scheiße, Mutti alle. Scheiße, Mutti alle. Okay. Seid ihr bereit, Leute? Ich fühle mich gerade, muss ich sagen, wie bei Matrix, Alter. In der Eingangshalle, wo sie reinkommen und dann ballern. Und mir ist doch was eingefallen, wir haben noch was. Alter, das ist ja wie über Matrix, Alter. Achtung, nachlassen, seid ihr bereit? Oh nein. Okay. Kleinen Moment. Ah! Oh! Kleinen Moment. Und so ein Superbonus. Ich weiß nicht, wie oft man den einsetzen kann. Oh! Wollte ich nicht. Wow! Ich bin aus dem Weg! Okay, seid ihr bereit, Leute? Jetzt geht's gleich los. Matrix-Style. Los geht's! Yeah! Wie geil! Geil, Alter. Ne, Revolver will ich nicht. Ich muss schon so oft genug nachladen, ey. Pankernate. Perfekt. Nein! Ich wollte... Ja, beim Gehen das nehmen. Da ist noch eine. Was wollt ihr, ihr Wichser? Kommt her! Ja, war klar, dass welche kommen. Nein! Scheiße! Scheiße! Bestätigt, der ist verletzt! Let's go! Boah! Matrix, Alter! Verdammt noch mal! Verpisst euch! Ihr Schweine! Wird ihr wieder Matrix-Style? Alter! Deacon, hier unten ist eine Art Operations-Zentrale. Alter! Du hast mir nicht gesagt, dass Tony Sharp ein Superschurke ist. Hat er eine weiße Katze. Nein, das ist nicht von Tony. Das sind seine Hintermänner. Carson hatte wohl recht. Aua! Achso, nimmt er die Muni gar nicht vielleicht? Weil die hier für die ist. Doch, da ja. Alter, ist mir gerade erst aufgefallen. Ich muss es mehr benutzen, das Ding. Aber hier ist keine Anzeige, die mir sagt, mit dieser Zeitlupe, wie oft es geht oder so. Wird mir nicht angezeigt. Aber da ist er mal voll. Weil ich liebe auch Matrix allgemein, den Film, die Filme. Und das... Ey, das ist eh net, das ist ja so krass. Wenn du dich so da reinversetzt. Ich habe doch gerade nachgefühlt, oder? Ach nee, das war für Schrollflinte, glaube ich. Ryan, komm, over. Verstanden. Du wirst es nicht glauben. Ich bin in einem Raum voller Goldbarren und Inhaberanleihen. Die müssen hunderte Millionen wert sein. Die Kisten sind weiß lackiert, damit sie aussehen wie Verbandskästen. Druckmittel. Fass nichts an. Natürlich nicht. Verstanden. Ort. Boah. Verstanden. Bestätigung erfolgt. Was? Zielsuche negativ. Die suchen uns? Was? Was? Diese Zeitlupe kann ich auch vorzeitig abbrechen. Also man muss sie nicht auslaufen lassen. Zeit zum Schloss knacken. Raus mit dem Werkzeug. Hm. Okay, ja. Ich will auch mal gucken, was da drin ist. Geht doch. Das war's. Okay, was liegt denn da hinten? Auch das, glaube ich. Ah ja, die ist schon mal besser. Die ist schon mal viel besser. Ach nee, das ist ja die. Nur mit Schalldämpfer drauf. Nice. Sehr gut. Hey, die Musik. Die Titelmusik von dem Spiel. I'm coming for you, my friend. Scheiße. Mann, ich ist gut gezielt. Das kann nicht wahr sein. Hey, Freunde. Hey, Freunde. Oh. 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 Ihr habt einen geilen Musikgeschmack, Jungs, muss ich ehrlich sagen, ne? Ach, kann ich den auch nach vorne, geil, haha, was haben wir hier? Oh, okay, sofort getauscht, egal, dass wir uns gemerkt haben, scheiß drauf, oh, scheiße, fuck, 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 ah, scheiße, okay, die Bretter gehen kaputt, schau rein, du wichser, ja, ich habe genug Kugeln abgekriegt, lau ja frei, ich hab dich den ganzen Tags, Wow, scheiße. Oh oh. Matrix! Ich blute schon am Kopf. Ich find's so geil mit den Pistolen, ey. Aber ja, ich weiß, ich könnte auch mal ein Maschinengewehr rausnehmen. Warte mal, hab ich schon abgeladen? Scheiße. Top, Alter. I'm coming for you, man. Pass bloß auf, ne. Pass mal auf. Pass mal auf, mein Mann. Hm, nee, Code kennen wir wieder nicht. Uff, da die Technik. Es ist nur Technik, Jungs. Wir können noch ein bisschen hier was sabotieren und dann... Hier ist aber jetzt nichts mit Alarm. Steht da jetzt nicht dran. Da steht kein Alarm dran, ne. Äh, nein. Zack. Einfach so, ja? Äh. Feuereinarm. Das hier noch. Okay, sauber. Ach du Scheiße! Oh, ein Glück. Oh. Oh. Nicht schlecht. Ich mach die Tür da auf und geh in den Wartungsbereich. Von da kann ich die Aufzüge steuern und die Alarmanlage kontrollieren. Was für ein Drecksladen. Versicherung von Wegen. Wird schwer bewacht. Das sind Ex-Soldaten. Hier sind nicht nur Büros drin. Allerdings. Ich mach weiter. Schleuse den Trojaner ein. Okay, du sagst Bescheid. Ich löse Alarm aus und wir entwischen in dem Chaos. Verstanden. Höre ich zehn Minuten nichts von dir, löse ich auch Alarm aus. Gute Arbeit. Wir sehen uns. Das werden wir. Sehr gut. Alter, jetzt konnten wir aber mal unsere Reaktionen sehen, wo wir einen gesehen haben. Und jetzt mal aufs Panzerglas.